Oh, Spaß. Damit herzlich willkommen. Oh Gott. Ich mag so Spiele eigentlich gar nicht. Oh mein Gott, mehr Blut. Oh Gott. Ruhe. Halt die Klappe. Ich will dich gar nicht hören. Du bist hässlich. Ich hasse dich. Scheiße. Scheiße. Da war das schon. Da war das schon. Ahhhh. Wir sind zum ersten Mal gestorben. Ahhhh. Mann. Ich will dich schon. Das ist kein Traum. Es ist wirklich passiert. Da war ich noch gar nicht. Gahle. Lauf doch mal. Oh! Lauf! Doof kannst du nur sein. Ich guck einfach auf den Boden. Ich hol die Sache erst später. Alter, Mann! Ich weiß nicht, wohin du? What the fuck? Hör mal aus, Arten! Schildern, Base! Oh, ich geh nicht mal rüber. Schildern, Base, Alter. Alter. Boah, der ist so ekelhaft! Ich fühl mich da grad so wie ein hilfloses Mädchen. Wird grad gefickt von Slenderman. Wer heißt denn? Der Slenderman ist böse. Ich geh jetzt einfach hier rein. Scheiß drauf. Schön. Ach so. Das ist die Cafeteria. Nein! Scheiße! Ich sterbe jetzt sowieso. Boah, Alter, ey. Das Spiel ist so krass. Glaub mir. Ich bin total... Ach! Ach! So. Ich hol das mal hier. So, danke. Was ist denn das denn alles hier? Was ist denn das denn alles hier? Oh je, ich höre ihn schon. Ah! Hier ist einfach hier draus. Scheiße! Käse! Fünf Schlüsse wieder. Fünf Schlüsse wieder. Erste Schlüsse. Zweiter Schlüsse. So wie ihr. Klappt doch schon. So. Ne. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ist das? Wo ist er auf der Tür? Leute, ich komme jetzt mal raus. Mann! Ich sitze hier im Klappen. Kommt er jetzt hier hin? Kommt er jetzt hier hin? Ich muss aber weggehen. Kommt jetzt der hin? Ist er jetzt weg? Ist er weg? Nein! Ah! Ich hätte doch stehenbleiben sollen. Ah! Mann! Mann, ey! Gott, hilf mir! Dieses Mal ist es ein bisschen... Ich gehe einfach geradeaus jetzt. Ich gehe jetzt einfach geradeaus. Scheiße drauf, ey! Ich gehe nicht mehr noch mal rein. Aber da ist ein Schlüssel. Monschi! Meine Fresse. Boah, ich kriege den Bauchweh, Alter. Stopp! Ah! Ich... Hm! Ah! Ah! Lass mich! Ich habe drei Diers. Wie geil! Wow! Oh, mein ganzer Magen tut weh. Ich verkraft... Ich verkraft das nicht. Es ist wirklich passiert. Wie viel Mal... Ah! Wie viel Mal wirst du schon gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will es auch gar nicht wissen. Eigentlich. Oh, Mann, ey. Ja! Hm! Oh, Gott, oh Mann. Ich habe, glaube ich, Tag-Tage gesehen gerade. Hm! Ja, es ist immer mehr. Scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach... Tschüss. Tschüss. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. What? What the hell? Was ist das für ein Raum? Oh, mein Gott. Was ist das für ein Raum? Ich weiß es ernsthaft nicht. Oh, mein Gott. Ah! 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 Meine Fresse! Ich bin schon beruhigt, ey. Ich kann nicht mehr. Leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt hat mich einfach am Arsch lecken, ja? Ich brauche drei Schlüssel. Äh, fünf Schlüssel. Gibt es hier nur einen Schlüssel? Ja! Drei! Oh, mein Gott. Yay! Oh, Gott. Dahinten ist noch was. Wah! Wah! Oh, mein Gott. Ist hier noch was? Nein. Oh, mein Gott. Yes! Noch fein, wenn es geht. Das ist alles. Nein. Nein. Ich bin schon wieder hier. What to help? What to help? Oh, nein. Ich will hier kein Tier sein. Warum wackelt hier denn alles? Scheiße. Ich komme hier nicht mal weg. Ich verstehe das nicht. Warum? Hä? Oh, nein. Ich gehe mal verdrehen. What the hell? Warum wackelt hier alles? Ich gehe raus. Ich gehe raus. Los, los, los. I should get out of here. Alter. Ist ich denn fucking ernst? Ich laufe gerade aus einem Kreis. Mann. Schick. Schick, sage ich schon. Scheiße. Scheiße. Ich komme hier nicht mehr weg. Nein, Leute. Es ist aus. Ich komme nicht mehr weg hier. Kann man auch... Kann man den... Oh Gott. Mir fehlt nur ein Schlüssel noch. Leute. Dann komm weiter. Leute. Ich glaube, hier zu stehen ist auch keine gute Idee, Leute. Aber wenn ich direkt in vorne gehe, muss ich alles wieder neu machen. Alter. Ich kann mich ja gar nicht genug hier umsehen. Das ist es ja. Ich kann mich ja nicht genug umsehen. Der scheiß Lennermann kommt jede Minute. Ja, das ist schön, dass er ein bisschen später käme. Mein Gott. Ich muss nach vorne gehen. Ich habe halt kein Leben mehr. Ich gehe mal gucken. Aber der steht gar nicht hier noch dran. Gell? Gell? Ja. Olaf, warte mal. Oh Gott, ich gehe zu dir. Oh. 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 Scheiße. Ich hasse euch alle, alle Jumps, jetzt hasse ich euch, ich hasse euch, ich hasse euch, bis auf Blut. Warum müsst ihr hier Jumpscares reinmachen, warum, warum müsst ihr Jumpscares reinmachen, ganz ehrlich, oh, halt, ich hasse Jumpscares, oh, kann man die Tür nicht aufmachen, Gott normale, scheiße. Ich mache hier irgendwas falsch, ey, okay, wo soll ich denn noch hin, bitteschön, wo soll ich denn noch hin. Wenn, das ist jetzt immer rum, oder was? Der Hinter ist ein Schlüssel, oh Gott. Beruhig dich, Frau, nein, oh Gott, scheiße, 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 hier rein, rein, oh Gott. Äh, ich kann mich hier nicht genug umschauen, das ist es ja. Oh Gott, Riesetoiletten, Monstertoiletten, Montatentoiletten. Da ist was, da ist was, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kacke über diese Runde, ja, ich weiß das, ich weiß das. Ich werde es nicht schaffen, Leute, Leute, ich werde es nicht schaffen. Hau ab, du Scheißkern, was du bist, hau ab, ich hasse dich, niemand braucht dich. Ja, nerv mich doch nicht, ich versuch doch nicht, ich versuch doch, oh Gott. Ach, du meine Güte. Jetzt bin ich schon wieder in diesem Ort. Ich bin schon wieder in diesem Scheißverfacktenort. Meine Fresse. Ah, wir müssen doch trotzdem Schluss machen. Bis zum nächsten Mal, okay. Let's go. Tschüss.